Bonio, meine Freunde der Leicht-Nunzeichen-Unterhaltung. Ich war gestern in einer kleinen, super süßen Building-Game-Runde und die war sehr, sehr lang. Deswegen könnt ihr hier jetzt den ersten Part genießen und der zweite Part von wunderschönen Building-Game folgt dann morgen. Von daher, viel Spaß beim ersten Teil. Wenn euch das gefällt, könnt ihr mir immer einen Daumen da lassen. Sag ich jetzt schon dazu. Und dann zurücklehnen und pures Entertainment genießen, bitte. Okay, ich habe fertig. Das ist aber schön. What to build. Okay, einfach reingelegt, perfekt. Ich will nicht wieder den Letzten sein. Nee, nee, Mann, du hast Zeit. Ich gehe noch kurz aufs Klo und überlege ein Wort währenddessen. Da kommt was Gutes bei raus, glaube ich. Bin bereit für mein Ziel. Inspirieren lassen. Also ich habe ein wunderschönes Wort. Könntest du mal ein bisschen spannen? Und diesmal ist es nicht Todes-Stern-Endszene. Todes-Stern-Endszene. Das war das aber echt gut eigentlich. Muss man auch mal so sagen. Habt ihr so mega komplizierte Wörter? Ich habe was Einfaches, aber das könnte sogar ein bisschen schwer sein. Ich komme einfach nicht drauf gerade jetzt hier. Es fehlen aber noch andere. Sehr gut. Maudado roch eben am längsten. Ich will keine Sorgen machen. Tom ist einfach wirklich weg. Ich bin gerade sehr glücklich. Du hättest so ein gutes Wort, ne? Ich hätte ein Wort, aber ich hätte lieber ein besseres. Richtig. Ich bin mit meinem eigentlich zufrieden, weil das ist gut. Das kann man gut bauen, aber wenn man nicht bauen kann... Das ist aber ziemlich leise. Ich bin ziemlich... Soll ich ein bisschen näher ran? Du kannst mich auch einfach lauter stellen. Nö, das will ich nicht. Noo. Also das wäre ja absurd jetzt. Das ist zu viel verlangt. Ich glaube, bei mir klingt ja alle tipptopp. Ich habe dir von minus 5 auf plus 3 gemacht. Wieso habe ich auch von minus 5? Ohohohoho. Das ist richtig gemein. Ich mag es einfach. Gute Wörter. Gute Wörter. Ich glaube, ich mache dich nicht. Gute Wörter. Das muss halt auch was sein, was jeder so hinbekommt, ne? Ja, ich achte immer drauf. Mir ist ein Wort eingefallen. Nein! Nein! Geh nochmal auf den Kernen. Pipi, a-a. Ey, man, mir fallen so richtig langweilige Sachen ein. Ich bin immer noch am überlegen. Ja. Ja, ha, ich war schneller als Maudado. Wunderbar. Dabei google ich gerade schon gute Wörter. Gute Wörter. Du bist ja von deiner Wohnung um. Ja, das mache ich auch die ganze Zeit. Aber das ist doch langweilig, wenn man Gegenstände aus der Wohnung hat. Nee, Flasche oder so ist doch voll cool. Es kommen solche Wörter wie Batterie. Leichensack. Mischpult. Batterie. Oh, ich wollte gerade ein Buch dazulegen, aber da steht ja der Minecraft-Name dabei, wenn man ein Buch unterschreibt. Rechte. Ah, das ist schon schwer, ey. Kompliziert, Alter. Ja, die brauchen einfach schon 200 Sekunden. Und Sommer war einfach nur Kacken. Ich kann jetzt zwar irgendeinen Scheiß-Muff nehmen. Nehmt doch TeamSpeaker oder TeamSpeaker. Wenn ihr da Code drauf schreibt. Ich hab was. Ich hab was richtig viel mit. Ja gut, dann nehme ich jetzt einfach das langweilige Wort, was ich schon die ganze Zeit habe. Und frag mich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Jetzt haben wir wieder alles selbe Wort. Und Gonzo haben jetzt alle. Ja genau, Gonzo haben alle. Ja. Oh, oh, oh. 300 war unser Limit, nicht 120. Schönes Wort, das ist ein schönes Wort. 300? Was? Ja. Arsch. Ja, ja. Siehst du gleich. Oh, cool. Oh, cool. Erstmal Google öffnen und das Wort reintippen. Erstmal alle Leute hier von der Lautstärke anpassen. Banane. Oh Gott, wie soll ich das denn? Okay, das kriegen wir hin. Das ist echt schwer. Ich hab glaube ich das schwierigste Wort der ganzen Welt. Afrika? Ja. Ist gut. Meins könnte auch leicht verwechseln sein. Wir brauchen eine aus der Medien. Afrikanische Kultur. Ich soll, ich soll, ich soll, ich soll Zeit bauen. Ich werde wieder, nein, ich will nicht wieder der Letzte sein. Haben wir irgendwie ein Zeitlimit oder so? Bis wann wir fertig sein? 300 eigentlich. Wir sagen 300, aber wir dürfen auch ein Ziel. Am Ende macht jeder, was er will. Ja, wir schreien uns am Ende ihr alle nur an. Am Ende wird immer am meisten angeschrieben. Ja, du baust auch immer so richtig alles in Übergröße, so überdimensional. Ja, aber jetzt dieses Wort, das ich gerade bekommen hab, das muss man ja auch. So dumm, Maudado. Hat er gemacht? Ja, okay. Aber die anderen, das war so minimalistisch, was sie davor gemacht haben. Ja, das ist ja auch die Kunst hierbei. Ja, ist ja auch Sinn der Sache. Also ich fange jetzt an. Nach 74 Sekunden. Ja, ich fange jetzt auch an. Boah, richtig schlecht, ey. Boah, ich schaff das einfach gar nicht, das ist unmöglich. Ja, ich war gerade auch viel zu groß, glaube ich. Ach Gott. Okay, meinst du dir? Ach komm, ey. Ich krieg's auch. Ich hoffe, das kann man erkennen. Ja. Oh, meinst du? Meinst du es einfach ein Meisterwerk? Ja, Alpha, 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 Alpha. Kann schon zählen, ja? Hm. Ich würde mal behaupten... Also es könnte richtig sein. Es kann aber auch komplett falsch sein, was ich hier mache. Ja. Ist eher falsch. Nee, nee. Da machen wir eine Erkenntnis auf jeden Fall. Na richtig oder falsch gibt es ja nicht. Nee. Alles ausweichungsvoll. Eure Fantastik kann nie falsch sein, Leute. Echt, echt, echt. Das kann ich selber. Wäre das gesagt, Peter Pan? Keine Ahnung. Irgendeine Schwuchtis. Ja, was ist das für ein Geschöpft? Mir wäre jetzt gerade ein Lied rausgerutscht. Das darf ich aber nicht machen, weil ihr dann wisst, was ich mache. Jetzt weiß ich es. Oh, nein. Das ist alles wieder gespoilert. Oh, Traum. Ja, ich glaube, ich weiß auch, wo es wurde. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Was würdet ihr sagen, ist Hautfarbe? Etta. Äh, Sanj, es gibt auch irgendein Clay. Diesen... Schau mal nach Clay, irgendwas. Äh, diesen White Stained Clay. Clay, nicht Clay. Auf Deutsch? Klee? Klee. Weißer, gehärteter Clay. Gehärteter Clay. Ja, genau. Ja, danke. Kann mir jetzt auch jemand eine richtige Antwort geben? Gehärteter Lehm. Ach, Lehm war Clay, genau. Hab ich schon von Anfang an gesagt. Heißt es aber nicht. Wie heißt denn das nochmal? Stell dein Minecraft auf Englisch. Guck einfach ganz oben bei den Blöcken. Ohne Spaß. Was ist das? Nein, es sind Leute fertig. Yeah. Oh Gott, jetzt wird Maunado unter Druck gesetzt. Oh-oh. Oh-oh. Keine Ahnung, was ich nehmen könnte. Ich hasse euch. Roser gefärbt Ton. Ah, das ist meins. Denk gut. Gebrannter Ton, okay. Wir sind hier meine direkten Nachbarn. Sieht doch voll realistisch aus. Delay chillt hier direkt bei mir. Hallo, hallo Delay. Siehst du dich? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Könnte ich hören. Ich kann nicht hören. Hallo, hallo. Ich habe gerade wieder so eine kreative Pause, wo ich erst mal mein eigenes Kunstwerk auf mich wirken lassen muss und dann herauszufinden, ob da was fehlt. Was hat das gemacht? Was hat das gemacht? Was geschieht hier? Wer hat da gerade geschossen? Keine Ahnung. Also geschossen. Stimmt, was soll das? Ey. Wollt verzögert. Ich wollte gerade schon sagen, ich dachte gerade Maunado wäre schon fertig, aber zäh. Mein Herz wahrscheinlich schon fertig wartet, nur damit er fertig kommt, wenn alle anderen fertig sind. Ne, ne, ich bin auch schon. Ich bin ein fleißiger Junge. Ich habe auch schon andere Sachen gerade. Ja, gut. Hast du das schon angefangen? Oh. Ich zeichne gerade erst ein Konzept auf Papier. Ich nehme jetzt Sturmwaffel. Was? Komm zu mir. Komm zu mir. Okay. Also wenn das irgendjemand mal rät, dann muss er echt ein Genie sein. Schau mal. Das geht nicht. Das kann man schon echt erkennen. Muss man mal so sagen. Du hast gar keinen Platz. Puyuto. Ich habe es zu groß gebaut. Maudado. Das hätte ich dir schon mal sagen können. Maudado war immer zu groß. Grundsätzlich. Die Kümmel ist einfach so Schneewelle. Okay. Ich weiß jetzt sogar, was rausinterpretiert wird, weil man es nicht erkennen kann. Und jetzt? Oh, dieses Problem immer. Allein wenn er schon sagt, es ist zu wenig Platz, dann weiß ich schon, dass er alles falsch Ja. Nee, nee, nee. Keine Eier. Hör auf. Maudado, guck dir einfach deinen scheiß USB-Stick an. Bis jetzt war es Spaß. Ja. Das verstehe ich bis heute nicht. Aber ich habe Harry Potter auf Eis hervorgebracht, ja? Ja, das müssen wir dir lassen. Und dann schafft er den immer zu Ende zu bauen und jeder denkt sich, hä, was ist das? Die Rüst kam dann dabei raus. Die Rüst. Wir sind schon über die 300 Sekunden. Ja, wir sind über die 160. Ich muss leider über das Limit bauen, also über die Höhe. Ja, aber Manu guck mal deine 300 Sekunden. Ich werde das jetzt einfach nochmal komplett verändern. Boah, ich freue mich schon auf den Nobelpreis. Warum ist hier ein Pfeil in meiner Decke? Den Nobelpreis im Bauen? Ja. Im Minecraft bauen. Ja. Den berühmten. Also, dann habe ich aber harte Konkurrenz für dich. Also, mein Bauwerk ist schon... Alter, wer macht hier die ganze Zeit Sachen? Jetzt regnet... Wer macht hier Sachen? Gibt's hier auf einmal Schneebälle über meinen Köpfen? Ich hab zwei Köpfen. Nehmen wir kein bisschen Scheiße bauen. Wer war das bloß? Nehmen wir ein bisschen Scheiße bauen, genau. Yeah. Oh, ne. Boah, ist der schübsch. Boah, ich mache mir ein Screenshot davon. So voll übertreiben. Ich rahm mir das ein und häng mir das auf. Dann. Dann. Ich hätte nie gedacht, dass man das irgendwie erkennt. Ich bin richtig begeistert. Jetzt krieg ich nämlich einen Preis. Maudado, bekommst du meine Pfeile? Ich hab keine Ahnung, ich bin unter Druck. Nein, ich hab Pfeile, ich hab Pfeile. Danger, Danger. Alter, ist doch gut. Ich bin der Beste. Diese Paluten. Hey, 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 flieh. Oh! Ah! Mein Meisterwerk mit Pfeilen. Einbeschoffen. Nein. Jetzt mach dir schon dein Kunstwerk kaputt. Kommt am Ende irgendwie so Igel oder so raus. Hörst du? Rotpilz. Rotpilz schummelt. Oh, krass. So, wollen wir? Ja, wollen wir mal. Malo ist noch nicht fertig. Also an mir scheitert es gerade nicht. Ich hätte natürlich schon lange abgegeben. Aber ich möchte natürlich nicht, dass mal jemand anderes... Ich will immer letzter sein. Ach so. Hast du da ein Fetisch? Mhm. Ja, aber ihr müsst das verstehen, wenn ihr das seht, dann denkt ihr euch, okay. Okay, dieses Meisterwerk musste einfach ein bisschen... Gut, ja. Okay, Manuel. Jetzt haben wir gleich 500 Sekunden. Jetzt mach doch mal hin, ey. Wenn ihr das siehst, willst du deinen Preis nehmen und mir den geben? Mach ernst. Ich bin schon gespannt. Da hast du meins noch nicht gesehen. Ich bin richtig gespannt, wer meint ihr nicht wein? Ist auch was. Kunst soll ja auch Emotionen hervorrufen. Tränen. Ja, weinen trifft es halt vielleicht ganz gut, ey. Ich bin jetzt eigentlich fertig. Ich schreife nur meinen ersten Versuch ab. Ach, Maulade. Da war das auch immer der Einzige, der zwei Versuche baut. Der dann noch einen abreißen muss. Ja, nein. Ich dachte, das hätte richtig schön werden können, wenn wir im Platz gewesen wären. Und dann habe ich halt jetzt einfach... Fertig. Mach hin. Okay, warte. Warte kurz. Zehn Sekunden. Ich gehe zum Knopf. Drei. Vier. Fünf. Echt. Sieben. Zehn. Jetzt ist der Boden bisschen... Nein, 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 nein. Ich lass den Boden kaputt. Ich bin jetzt einfach. So. Warte, warte. Warte, warte. Oh. Ich erkenne... Oh, nee, Alter. Ich bin sehr gespannt. Oh, nö. Das sieht jetzt schon aggressiv aus. Oh, Mann. Irgendwas erinnert mich... Aber, aber... Warte mal, das muss doch... Ja, okay. Ja, irgendwie... Oh, hier stecken Pfeile im Boden. Oh, nee, ey. Ich verarsche. Oh, nee, ey. Oh, no. Wollte ich das erkennen? Das erkennt eh keiner. Na, Gott. Was andere kann ich mir darunter nicht vorstellen. Was ich hier sehe, ist sehr klein. Warte mal, welche Hautfarbe hat denn Manu genommen? Und... Ah, ja, die, okay. Alter, das ist richtig gut gebaut. Alter, Falter. Ja, aber... Ach so gut. Die arme Person, die meins erraten muss. Ich glaub... Nein, das ist sehr klein. Dafür ist es wirklich zu klein geworden. Ja, ich hab doch... Ich hab doch ein neues gebaut. Das große abgerissen und ein neues genommen. Ja, aber der Boden oder so ist nicht kaputt. Äh, welches Texture Pack habt ihr eigentlich alle drin? Vanilla? Oder haben viele... Swax. Swax. Ich glaube, das ist aber auch eigentlich egal. Die meisten waren eh mit Wolle und das ist ja gleich... Maudado, du hattest doch den Boden kaputt, ne? Ne, rote Wolle ist bei dem blau. Was baust du für eine Scheiße, Alter? Was ist das denn? Ich versteh auch gar nicht. Das ist einfach... Ich hatte eins, aber das war zu groß und deswegen musste ich sehr schnell was bauen. Ja, sehr schnell trifft das ganz gut. Tränen sind auch schon vergossen. Oh, die leben halt wieder der Letzte. Ja, ich versteh's gerade gar nicht. Ich kann schreiben, was ich sehe, aber... Ich glaub, du hast bestimmt meins. Das ist einfach so ein Ding. Das kann man nicht identifizieren. Okay. Ich wusste, dass ich das von Manu hab, als ich gesehen hab, dass die Hautfarbe komplett falsch ist. Das ist ja... Das ist ja... Das hat Manu wieder Neger gebaut. Das ist, was ich da sehe. Genau. Du hast Hautfarbe einfach so richtig schwarz. Oh, was? Das ist ja cool. Ey, das ist ja euer Ernst. Das ist ja euer Ernst. Das kann man bauen. Ey, nein! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alle richtig wieder haben verzweifelt. Oh Gott. 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 Boah, wie soll ich das denn machen? Hey, wie sieht'n das aus? Hey, wie sieht'n das aus? Mhm, 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 mhm. Nee, das sieht aus wie eine Ente. Nee. Oh Gott. Warte, ich hab ne Idee, wonach ich noch googeln könnte. Immer diese scheiß Google-Face. Ja. Man braucht halt Inspiration. Äh. Obwohl, das kann ich aber auch mal machen. Okay, das bringt schon mal gar nix, sondern Pixel hinterzuschreiben. Pixel-Art. Hier haben wir direkt so ne richtige Anleitung. Genau. Drei Blöcke in diese Richtung. Danach zwei Blöcke weiter nach links. Jetzt so ein Video zu steuern, auch wenn man deine Aufnahme die ganze Zeit so schön hört. Mein Schaff, Navi. Nee, jetzt hat er so Aids-Beine. Aids-Beine. Ja. Nee, hat er nicht. Nicht meins. Tschüss. Ich hab' keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oh, meins wird, meins wird glaube ich diesmal im Gegensatz zur ersten Runde ein richtiges Kunstwerk. Wir sind voller Vorfreude. Also, ja, die erste Runde war einfach desaströhlich. Tut mir leid. Ich weiß noch nicht, ob's das ist. Ich kann meine erste Runde einfach nie mehr toppen. Nie mehr. Egal, was ich mach. Also, wenn das dein Bestes ist, dann tust du mir echt leid. Alter, das war richtig gut. Wenn ihr nicht gleich alle davor steht und klatscht, dann mach ich nie mehr mit. Oh, man. Klatschen. Klatscht, ja, klatschen. Okay, ein bisschen groß. Oh Gott, wie mach ich das jetzt los, ey? Oh, es ist purer Hauer gerade, ey. Er lacht, das heißt nichts Gutes. Ich geb mir ja wirklich Mühe, aber ich kann einfach nicht bauen. Ja, das denk ich auch. Alter. Was ist das, was ich... Okay, ich krieg hin. Okay. Okay. Aber ich glaub, das kann man diesmal wirklich... Oh. Oh. Ey. Hoffnung gerade. Spaß. Ach, ja. Das sieht aus. Das ist echt ein tolles Spiel. Ja? Ein richtig tolles Spiel. Ach du Scheiße, ey. Wie pisst ich denn die ganze Zeit? Die Leute werden mich richtig schlagen, ey. Oh, Alter. Oh, meins ist gerade richtig hässlich geworden, ey. Es sah gerade noch voll gut aus, hätte alle meine Hoffnung und jetzt... Haben sie sich in Luft aufgelöst. Was ist... Scheiße. Wie ist... Wie soll ich das... Nein. Aber die mach ich hier. Keine Ahnung, meiner kennt sowieso keiner. Ich brauch gar nicht weitermachen. Ich hoffe, dass ich gar nicht noch retten kann, aber es wird... Wird schwierig. Ey, da kriegt man... Ne. Ah, falsche Farbe. Oh. Was mach ich hier, Alter? Beschwer euch alle. Meine Runde läuft gerade richtig gut, ey. Das ist schön. So. Zack. Okay, ich glaub... Das reiß ich lieber ab, ey. So. 52 Sekunden. Fertig. Oh, oh, oh. Warte mal. Ich muss gucken, ob ich noch was verbessern kann. Die Antwort lautet immer ja. Die machen hier nur noch Scheiße. Okay, hier. Zack. Okay, ich behaupte, man würde es so erkennen. Von daher drück ich einfach mal. Ne, jetzt mach doch keinen Stress mal. Richtig. So. Ich bin dafür, dass alles... Ich viel mehr Zeit lasse. Mhm. So, in der nächsten Runde möchte ich, dass Maudado als allererstes drückt. Komm. War die neue Regel. Mhm. Ja, Maudado muss vor allen anderen fertig sein. Vor allen Teil, ja. So. Ja. Sieht das... Sieht das... Sieht das künstlich aus. Egal. Komm. Perfect. Wuhu. Sieht das aus wie ein Mongo. Aber passt schon. Ähm. Er ist 8 Beine jetzt nicht. Was machst du? Das ist... Es wird auf jeden Fall schwer. Ey, es ist nicht schlecht. Es ist wirklich gut eigentlich. Ich bin überzeugt. Ja, fertig Also wenn das jemand errät Dann habe ich ein Lebensziel erreicht Ich glaube, das ist bis dato das Beste, was ich jemals hier gebaut habe Also Im Vergleich zur Runde 1 War das einfach bei mir eine Steine Ja, aber das, was ich eben hatte, das war ja nicht mal schlecht gebaut, glaube ich War einfach nicht zu identifizieren Glaubste Doch, doch Ja, ich weiß ja nicht, was das darstellen sollte Ich glaube, ich werde in Zukunft einfach mal ein paar Server-Lobbys irgendwie gestalten Ich glaube, das ist genau das Richtige für mich Also ich frage mal hier, Gommel, Hive, alle, ob ich da nicht mal ein bisschen das bauen kann Also der Kopf sitzt, ja, egal, okay So, Smurf mal da noch Äh, ja, ja, ich mach das jetzt Es ist einfach noch zu schön Ich möchte einmal bitte noch So, meine Freunde der Leichen-Unserchen-Unterhaltung Ich hoffe, euch habt das Video bis dato gefallen Und wer wissen will, was passiert, wenn man darf den Knopf drückt Der muss morgen wieder einschalten und kann auch hier ab morgen dann Beziehungsweise dann, wenn das Video erschienen ist Hängen die Mitte des Bildschirms klicken Und sich dann den zweiten Part dieser wunderschönen Building-Game-Unserchen angucken Von daher sage ich jetzt aber nur noch Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag Oder was auch immer Und einen guten Segen-Shout Tschüss Also ich bin mir sehr, sehr sicher